Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Input zum Thema Cradle to Cradle und Wasser. In diesem Video führen wir in einem ersten Teil in das Konzept von Cradle to Cradle ein, kurz C2C, und erklären euch, warum es ein richtig guter Lösungsansatz für die Klima- und Ressourcenkrise ist, besonders mit Bezug auf die Ressource Wasser. Im zweiten Teil zeigen wir euch einige Ideen zum intelligenten Umgang mit Wasser bei Großveranstaltungen, wie wir es in Kreisläufen führen und sauber halten können zum Beispiel. Dazu stellen wir euch einige Testcases aus unserem letzten großen Transformationsprojekt Labortempelhof vor. Cradle to Cradle ist ein umfassendes ökologisches Konzept aus den 90er Jahren, bei dem es ganz grob gesagt um Lösungen für die Klima- und Ressourcenkrise geht. Es geht darum, dass alle Abfall, den wir Menschen produzieren, ganz nach dem Vorbild der Natur, Nährstoff für etwas Neues ist und damit in kontinuierlichen Kreisläufen von der Wiege zur Wiege geführt wird. Und das Besondere an dem Ansatz ist eben, dass er sehr positiv ist und lösungsorientiert und ja, die Basis ist einfach, dass wir glauben, dass wir unsere Art zu wirtschaften und zu konsumieren grundlegend verändern können, sodass wir wirklich Wege finden, gut zu leben und trotzdem den Planet nicht zu zerstören. Und wir beide sind Anna und John Luca vom Bildungsreferat von Cradle to Cradle NGO und wir beschäftigen uns vor allem damit, ja, das Konzept zu vermitteln an unterschiedlichste Zielgruppen und dazu gibt es aber später auch nochmal mehr. Ja, vorneweg ist aber doch wichtig, dass wir uns nochmal ganz kurz die Frage stellen, warum brauchen wir eigentlich so ein Lösungskonzept wie Cradle to Cradle? Unsere aktuelle Wirtschaftsweise folgt einer Cradle to Grave Struktur, also von der Wiege zur Bahre. Denn das meiste, was wir produzieren, nutzen wir aktuell linear nach dem Take-Make-Waste Prinzip. Wir nehmen zum Beispiel Rohstoffe wie Erdöl aus der Erde oder wir ernten Pflanzen wie Baumwolle. Wir produzieren etwas daraus, zum Beispiel eine Plastikflasche oder ein T-Shirt und dieses Produkt nutzen wir dann eine Weile und am Ende werfen wir das meiste weg. Und von diesem Ort des Wegwerfens, der für die allermeisten von uns hoffentlich oder wahrscheinlich der Mülleimer oder die Mülltonne ist, geht es für die meisten Materialien leider gar nicht mehr weiter. Nur ein geringer Anteil wird zu einem echten Recycling geführt. Und ein solches lineares Wirtschaftsmodell mit einem Anfang und einem Ende für ein Produkt führt zu ganz vielen Problemen, wie zum Beispiel Umweltverschmutzung, einem riesigen Haufen Müll, mit dem wir zu kämpfen haben. Es gefährdet auch unsere Gesundheit und die Gesundheit des Planeten und der Umwelt. Und es führt vor allem auch zu Ressourcenknappheit, weil wir Ressourcen verschwenden. Und das verschärft ganz viele globale Krisenkomplexe. Und ihr könnt euch jetzt ja mal selbst die Frage stellen, welche Produkte nutze ich eigentlich im Alltag, bei denen ich eigentlich schon beim Kauf weiß, dass ich sie direkt danach oder ziemlich bald zumindest wegwerfen werde. Und was passiert dann eigentlich, nachdem ich sie in den Mülleimer geworfen habe? Weiß ich eigentlich, wo die danach hinkommen und was dort mit ihnen passiert? Und da werdet ihr wahrscheinlich merken, dass euch da ganz schön viele Dinge einfallen. Ja, was bedeutet nun Cradle to Cradle, Gianluca? Genau, also wir haben ja gerade schon ganz viel über die Probleme gehört, die es halt eben gibt. Und in erster Linie, wenn man halt eben von diesen Problemen hört, dass wir eben Ressourcenprobleme haben, Ressourcenknappheit und dass wir Ressourcen nutzen und die am Ende wegwerfen, dann entsteht erst mal das Bild des Menschen als Schädling. Das heißt, wir sehen den Menschen vielleicht sogar als Parasiten auf der Erde, der eben die Erde ausbeutet. Und vielleicht habt ihr auch schon mal von dem Bild des negativen ökologischen Fußabdrucks gehört. Das heißt also, dass die negativen Auswirkungen in diesem Bild eines negativen ökologischen Fußabdrucks eben auf der Erde zu merken sind. Und dann entsteht natürlich, wenn man dieses Bild vor sich hat und auch den Menschen als Schädling vielleicht wahrnimmt, ganz schnell, ja, dass die Wahrnehmung, okay, wir müssen diesen Fußabdruck so gering wie möglich halten. Ja, also bei den meisten klassischen Nachhaltigkeitskonzepten steht eben die Reduktion dieses negativen ökologischen Fußabdrucks sehr stark im Vordergrund. Aber das Problem ist eben, dass genau das dann auch nur das höchste Ziel ist, dass wir einen sehr kleinen, aber eben immer noch negativen Fußabdruck erhalten und auch auf Produktebene eben höchstens ein Downcycling erreichen können, weil wir immer noch Produkte produzieren, ohne halt eben wirklich im Kopf zu haben, was wir am Ende damit noch anstellen können. Und dann können wir sie halt eben höchstens noch in geringerer Qualität, diese Materialien weiterverwenden. Und Cradle to Cradle will halt eben dieses negative Bild von dem Fußabdruck etwas umdrehen und sagt eben, okay, wir können wirklich einen, ja, positiven Fußabdruck hinterlassen und den halt eben versuchen, so groß wie möglich zu machen. Und das schaffen wir eben durch ein Umdenken, durch innovative Lösungen, die wir finden in verschiedensten Bereichen und so, dass wir letztendlich wirklich dazu kommen, ein echtes Recycling zu schaffen von Materialien und diese vielleicht sogar in ein Upcycling zu bringen, wo sie am Ende eine höhere Qualität haben als am Anfang. Und wir haben ja gesagt, wir wollen auf das Thema Wasser etwas mehr eingehen und da kann man es eben ganz gut dran erklären, weil aus C2C reicht es eben nicht, dass wir den Wasserverbrauch reduzieren oder das Wasser etwas weniger verschmutzen. Das verzögert das Problem einfach nur nach hinten und wir haben halt eben das Problem von verschmutzten Gewässern etwas später. Also muss wirklich dahin gehen, dass wir Wasser in geschlossenen Kreisläufen führen und halt eben gesunde Materialien verwenden, die halt eben gar nicht erst das Wasser verschmutzen. Und das wäre dann halt eben eine wirklich zukunftsfähige und langfristige Lösung. Genau, und das ist halt eben der erste Part des Umdenkens wirklich, also die Denkschule hinter Cradle to Cradle, der theoretische Part. Aber dieser theoretische Part reicht natürlich nicht aus. Wir müssen es auch irgendwie in die Praxis bringen. Und dafür haben wir dann halt eben noch einen anderen Part, wo es wirklich um das Umgestalten geht und das nennt sich eben das Designkonzept von Cradle to Cradle. Wo es dann halt eben wirklich, ja, darum geht, die setzen wir es in der Praxis um. Es gibt halt eben Anregungen für innovative, zukunftfähige C2C-Produkte. Und Cradle to Cradle nimmt sich halt eben, das gesamte Konzept nimmt sich ein großes Beispiel an der Natur und an den Kreisläufen der Natur. Und besonders hervorheben wir halt immer wieder das Beispiel des Kirschbaums, weil der halt eben, ja, so bekannt ist für seine, ja, Unmengen an Blüten, die er produziert und die halt eben dann, nachdem sie halt eben verblühen, auch zu Boden fallen. Aber, ja, in der Natur gibt es halt eben keinen Abfall. Das heißt, diese Blüten werden nicht zu Müll, sondern sie werden halt eben wieder zu Nährstoff für den Baum selbst, aber auch für alle anderen Organismen in dem Ökosystem. Und auch sonst ist der Baum halt eben nicht abgeschnitten von seiner Umwelt. Er ist gut für die Umwelt. Er hat ganz viele andere Eigenschaften oder Dinge, die er tut. Er absorbiert C2, erstellt Lebensraum bereit, produziert Sauerstoff, was für uns sehr wichtig ist und ganz viele andere Sachen, wodurch er eben nicht einfach nur nicht schlecht ist, sondern wirklich gut. Ja, und warum machen wir eigentlich hauptsächlich Produkte, die überhaupt nicht wie eine Kirschblüte funktionieren? Warum nehmen wir uns die Natur dann nicht mehr zum Vorbild? Denn die Kirschblüte ist ja von vornherein dazu gemacht, zu Boden zu fallen und dort zu Nährstoff für etwas Neues zu werden. Und daher finden wir, dass auch unsere Produkte von vornherein, also schon beim Design, anders gedacht werden müssen und wir sie dann auch anders machen müssen. Wir wollen einfach nicht mehr dieser Recycling-Logik folgen, die erst nach der Nutzungsphase eines Produkts überlegt, und was machen wir jetzt eigentlich noch damit? Und damit eigentlich nur noch reagieren kann auf ein Produkt, was zu Müll wird. Wir wollen, dass Dinge von Anfang an, eben schon in der Wiege, intelligent gedacht sind. Und dafür müssen sie für ein passendes Nutzungsszenario gestaltet sein. Wir unterscheiden daher zwei große Gruppen von Produkten. Die erste Gruppe sind die Verbrauchsprodukte. Das sind all die Dinge, die wir nutzen, bei denen sich etwas ablösen kann. Kleinste Partikel, die in die Umwelt gelangen können, wie zum Beispiel der Abrieb von einer Schuhsohle oder unsere Kleidungsstücke, die beim Waschen viele Mikrofasern verlieren oder auch Seife, die wir benutzen und die ins Abwasser gespült wird. Diese Produkte müssen 100% biologisch abbaubar sein, weil sie mit der Natur oder auch mit uns, unseren Körpern, in Berührung kommen. Wenn sie biologisch abbaubar sind, können sie sich dann in der Natur zersetzen und zu Nährstoff für etwas Neues werden. Dann gibt es aber auch Produkte, die sich nicht abnutzen, während wir sie gebrauchen, zum Beispiel das Glas eines Fensters oder der Metallrahmen eines Fahrrads. Trotzdem wollen wir die irgendwann vielleicht austauschen. Und dann müssen sie so gemacht sein, dass man sie gut recyceln kann. Das heißt, am besten sind sie dann nur aus dem einen gleichen Material gemacht oder, wenn es mehrere Materialien sind, so designt, dass man die einzelnen Materialien trennen kann und dann wieder zu etwas Neuem recyceln kann. Und das sieht man hier auf unserer Abbildung. Der grüne Kreislauf ist der biologische Kreislauf oder die Biosphäre und der rechte Kreislauf ist die Technosphäre oder der technische Kreislauf. Im besten Falle ist ein Produkt so gemacht, dass es auch in beiden Kreisläufen funktionieren kann. Zum Beispiel hier seht ihr in der Mitte eine Jacke oder irgendein anderes Textilprodukt, was dann so designt ist, dass man es mehrmals im technischen Kreislauf wieder zu einem Textilprodukt recyceln kann. Wenn dann die Textilfasern irgendwann zu kurz für ein Recycling sind, dann könnte diese Jacke sogar, weil sie aus biologisch abbaubaren Stoffen besteht, in die Biosphäre übergehen, zu Kompost zersetzt werden, aus dem wieder neue Pflanzen entstehen können und dann geht der ganze Kreislauf wieder von vorne los. Das ist also für uns ein perfekt geschlossener Materialkreislauf. Was auch noch sehr wichtig ist beim Cradle-to-Cradle-Konzept, ist die Materialgesundheit. Wir wollen ja Materialien in unendlichen Kreislaufen führen. Deshalb ist es eigentlich logisch, dass von vornherein nur Inhaltsstoffe enthalten sein dürfen, die getestet sind und von denen wir ganz eindeutig wissen, dass sie gesund für Mensch und Umwelt sind. Wir wollen daher eine positive Materialauswahl. Das heißt, keine roten Listen, auf denen Dinge stehen, die wir nicht benutzen dürfen, sondern vielmehr sowas wie grüne Listen, auf denen nur Inhaltsstoffe stehen, die ungefährlich sind und man von vornherein weiß, diese Stoffe kann ich also benutzen. Genauso wie auch diese Angabe von frei von, dieses Produkt ist frei von, unserer Meinung nach gar nicht so viel bringt, vor allem für die KonsumentInnen, weil wir ja eigentlich nicht wissen wollen, was da nicht drin ist, sondern wir wollen wissen, was da drin ist und dass das, was da drin ist, für mich ungefährlich ist und auch gesund für die Umwelt. Ja, wie müssen also dann Produkte gestaltet sein oder designed sein, die nach dem Cradle-to-Cradle-Konzept funktionieren? Hierzu stützen wir uns auf die fünf Kriterien des Product Innovation Institutes, kurz PII. Dieses Institut setzt sich für den globalen Cradle-to-Cradle-Standard ein und vergibt auch das Label Cradle-to-Cradle und orientiert sich an fünf Designkriterien. Das erste ist die eben genannte Materialgesundheit. Das zweite ist, dass Produkte kreislauffähig designt sein müssen. Das ist alles das, was ich vorher schon gesagt habe beim Nutzungsszenario. Die soziale Gerechtigkeit ist wichtig. Da geht es vor allem um die Lieferkette zum Beispiel bei so einem Produkt, dass dort faire Arbeitsbedingungen herrschen. Es muss auf saubere Luft- und Klimaschutz geachtet werden und auch auf den Schutz von Wasser und Boden. Und gerade der Schutz von Wasser ist jetzt hier in diesem Video interessant für uns, weil darauf ja ein Fokus liegt und Unternehmen, die nach Cradle-to-Cradle arbeiten möchten, müssen nachweisen, dass sie ihr Wasser auf verantwortungsvolle und auch effiziente Weise verwenden und dass zum Beispiel ihr Abwasser sauber ist. Und das wird zum einen dadurch erreicht, dass bei der Herstellung von Cradle-to-Cradle-Produkten nur Materialien und Inhaltsstoffe verwendet werden dürfen, die, wie gerade eben schon gesagt, für Mensch und Umwelt gesund sind. Und somit können auch gar keine giftigen oder schädlichen Stoffe in den Wasserkreislauf gelangen. Und ich habe da ein paar Beispiele zusammengestellt. Zum Beispiel Cradle-to-Cradle-Bücher sind nur mit gesunden Farben bedruckt, die auch im Recycling-Prozess rückstandslos vom Papier getrennt werden können. Und diese Schlemme, die dann dabei entstehen, werden also nicht verschmutzt durch die Farben. Ein zweites gutes Beispiel sind Cradle-to-Cradle-Textilien. Hier ist es so, dass sie aus Bio-Baumwolle hergestellt werden, die schon einen nachhaltigen Umgang auch mit dem Boden als Grundlage haben und dadurch weniger Wasser benötigt wird, sowieso schon beim Anbau dieser Baumwolle zum Beispiel. Aber dass auch beim Druck nur Cradle-to-Cradle-Farben verwendet werden, die wiederum biologisch abbaubar sind und daher auch beim Färbeprozess gar kein Schaden fürs Wasser entstehen kann. Und wenn ihr euch zum Beispiel beim Putzen zu Hause für ein Reinigungsmittel nach Cradle-to-Cradle entscheidet, dann könnt ihr sicher sein, dass auch das nur getestete, gesunde und biologisch abbaubare Inhaltsstoffe enthält, die das Abwasser nicht verschmutzen und auch ungefährlich für den Hautkontakt sind. Das Gleiche gilt auch für Seifen- oder Kosmetikprodukte nach Cradle-to-Cradle. Außerdem gibt es Firmen, die das Wasser, das zum Beispiel beim Abkühlen der Maschinen erhitzt wird, dann weiter benutzen, um die Fabriken zu wärmen. Oder es gibt Fabrikgebäude, die mithilfe von Pflanzenkläranlagen Grauwasser aufbereiten oder Regenwasser zur Toilettenspülung nutzen und somit schon in dem Gebäude Wasserkreisläufe schließen. Also da gibt es schon ganz viele Dinge, die passieren in dem Bereich. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Genau. Jetzt haben wir schon gelernt, dass halt eben der Umgang und der Schutz von Wasser und auch der Umgang mit Wasser immer ein sehr wichtiger Aspekt von Cradle-to-Cradle ist. Und ja, deswegen haben wir auch bei unserem letzten Großprojekt, was wir durchgeführt haben, beim großen Transformationsprojekt, ja, versucht zu zeigen, was eben gerade in diesem Bereich Wassermanagement aus Sicht von Cradle-to-Cradle schon möglich ist, was es für Lösungen schon gibt. Und Prozesse und Innovationen haben wir dann möglichst eben versucht darzustellen. Und da geht es jetzt konkret um das Projekt Labor Tempelhof. Und bei diesem Projekt haben wir halt eben eine Reihe von Großkonzerten mit zwei deutschen Rockbands, den Toten Hosen und den Ärzten, auf dem Tempelhofer Feld in Berlin durchgeführt. Und haben eben für diese Veranstaltung ja auch ein Nachhaltigkeitskonzept erstellt, wo in vielen, ja, verschiedenen Aspekten und unterschiedlichen Bereichen hat eben dann, ja, Nachhaltigkeitsmaßnahmen umgesetzt wurden, so gut es eben schon jetzt möglich ist. Und das Ziel dieses Projektes war es eben generell zu zeigen, welche, ja, Cradle-to-Cradle-Lösung es bisher eben schon gibt, um eben wirklich eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren und, ja, die halt eben dann wirklich auch ökonomische, ökologische und soziale Mehrwerte für die gesamte Gesellschaft bietet. Ja, und daraus abgeleitet dann natürlich auch das Ganze speziell angewendet auf die, auf den Bereich der Großveranstaltungen, die halt eben eine möglichst positive Auswirkung dann haben sollen, sodass dann auch im Nachhinein die Veranstaltungsbranche sich dahingehend verändern könnte. Und genau, alle Infos zu diesem Projekt gibt es halt eben auf der Website labortempelhof.org. Falls es euch interessiert, könnt ihr da einfach mal nachgucken. Allgemein haben wir halt eben, ja, besonders, also wir haben natürlich im Bereich Wasser viele Dinge gezeigt, habe ich ja schon gesagt, aber wir haben eben in insgesamt zehn verschiedenen Bereichen sogenannte Cases umgesetzt, also Lösungen, die halt eben schon nach Cradle-to-Cradle irgendwie funktionieren und die waren halt eben dann auch mit Infoschildern über das gesamte Festweggelände, wie man jetzt hier auf der Folie auch sieht, verteilt und da konnten sich halt eben alle, die vor Ort waren, auch informieren und über diese Sachen, die wir eben umgesetzt haben, lernen. Genau, und jetzt fangen wir mal an mit den konkreten Beispielen. Also gerade im Bereich Sanitär ist natürlich auch Wasser extrem wichtig und da haben wir halt eben mit der Firma Finitio zusammengearbeitet, die halt für diese Veranstaltung Komposttoiletten zur Verfügung gestellt haben. Und diese Komposttoiletten sind eben Trockentoiletten und das ist natürlich, wenn es jetzt um Wasserschutz bzw. Wassersparen geht, die einfachste Variante, nämlich einfach gar kein Wasser zu verwenden, denn diese Trockentoiletten oder Komposttoiletten brauchen kein Wasser, es gibt da keine Spülung oder sowas. Genau, und deswegen konnten da halt eben sehr viel Wasser eingespart werden und was zusätzlich noch passiert bei Finitio ist eben, dass sie aus den Ausscheidungen, die sie halt eben sammeln in diesen Toiletten, dann wertvolle Nährstoffe wie zum Beispiel Phosphor oder Stickstoff und Kalium und sowas wieder zurückgewinnen und aus den festen Bestandteilen auch wieder Humus zur Nutzung als Dünger herstellen. Und auch aus dem Urin, also das waren nicht nur Komposttoiletten, sondern auch Trenntoiletten, das heißt, das Fest wurde getrennt vom Flüssigen gesammelt, aus dem Urin konnte dann im Rahmen eines Forschungsprojektes auch wieder die Nährstoffe, vor allem eben mit Fokus auf Phosphor, eben zurückgewonnen werden. Und dann haben wir noch ein zweites Beispiel, was in die ähnliche Richtung geht, nämlich die P-Bank. Auch das ist eine Trenntoilette, aber in diesem Fall ist es eben keine Komposttoilette, sondern eine eigentlich recht normale Toilette, auch mit einer Spülung versehen. Und hier wird aber eben ja auch das Urin getrennt gesammelt von den Feststoffen und auch von dem Wasser, was eben zur Spülung benutzt wird und wird auch vor Ort direkt in dieser P-Bank wieder aufbereitet. Also ein mehrstufiges chemisches System wird halt eben da dann auch wieder Phosphor und andere wichtige Nährstoffe, die ich eben schon genannt habe, werden eben zurückgewonnen. Und theoretisch kommt eben am Ende dann wieder Wasser in Trinkwasserqualität raus, auch wenn es sich nicht erlaubt ist, das dann als Trinkwasser wieder auszugeben. Aber die nötige Qualität dafür hätte es eben. Ja, und ich mache dann weiter mit dem Thema Toilettenpapier, denn auch das gibt es schon in Cradle-to-Cradle-Qualität, auch Cradle-to-Cradle-zertifiziert. Das besteht zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial. Bei der Produktion wurde schon verantwortungsbewusst mit Wasser umgegangen und es landet ja dann nach der Nutzung im Klärschlamm und muss daher komplett materialgesund sein. Und deshalb enthält es auch keine Bleichmittel oder andere umweltschädliche Stoffe. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Papierhandtücher, wenn man die benutzen möchte. Die gibt es auch in Cradle-to-Cradle-Qualität. Auch ein Thema ist das Reinigungsmittel, das man benutzen kann. Wir haben in einigen Bereichen des Geländes Cradle-to-Cradle Sanitärreiniger benutzt, der auch ausschließlich für Mensch- und Umwelt gesunde Inhaltsstoffe enthält, biologisch abbaubar ist und somit kreislauffähig, weil er in biologische Kreisläufe übergehen kann und keine schädlichen Auswirkungen aufs Abwasser hat. Außerdem natürlich auch gesund ist für die Personen, die ihn benutzen, zum Putzen. Ein anderes Projekt, was wir hatten, war das sogenannte Grauwasser-Recycling. Grauwasser ist leicht verschmutztes Wasser, zum Beispiel vom Händewaschen, Duschen oder auch aus der Waschmaschine. Bei Labor Tempelhof war das das Wasser aus den Waschbecken zum Händewaschen, was aufgefangen wurde und in einer Osmoseanlage aufbereitet wurde. Das beinhaltet eine mehrstufige Reinigung durch biologische Prozesse, also die auch in der Natur so ablaufen. Und anschließend kann dieses Wasser dann zum Beispiel zur Toilettenspülung wieder benutzt werden. Eigentlich wollten wir auch Regenwasser auffangen, das war aber aufgrund des Denkmalschutzes auf dem Gelände oder des Gebäudes leider nicht möglich. Sonst wäre das natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, das Regenwasser aufzufangen und damit die Toiletten zu spülen. Das könnte man auch über mobile Sammelstationen machen bei so einem großen Gelände. Das hat bei uns zeitlich leider nicht gereicht, das einzurichten. Aber das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit für die Wassernutzung. Außerdem gab es bei den Labor-Tempelhof-Konzerten überall kostenloses Trinkwasser. Die KonzertbesucherInnen durften Tetrapaks und auch PET-Flaschen mitnehmen, um sie immer wieder aufzufüllen. Wir sagen das hier deshalb, weil es tatsächlich immer noch nicht an allen Konzertorten üblich ist, dass es kostenloses Trinkwasser gibt. Und wir aber finden, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und hier hat das auch sehr gut funktioniert. Ja, ein paar Zahlen zur Wassernutzung. Also was können wir jetzt schon daraus ableiten, aus diesen Cases, die wir ausprobiert haben bei Labor-Tempelhof. Insgesamt wurden 245.000 Liter Wasser eingespart. Und wenn wir die gesamte Vorbereitung und alles, was rund um die Konzerte stattgefunden hat, also auch die Lieferketten der einzelnen Produkte oder auch Veranstaltungen, die noch drumherum stattgefunden haben, haben wir sogar ungefähr 250 Millionen Liter Wasser eingespart. Das sind 51 Prozent weniger als bei einem herkömmlichen Event dieser Größenordnung. Und das haben wir vor allem auch durch verschiedene Produkte geschafft, die wir benutzt haben. Zum Beispiel durch Druckprodukte, die eben nach Cradle-to-Cradle-Standards hergestellt sind und auch mit Cradle-to-Cradle-Farben bedruckt wurden. Darüber konnten wir 70 Prozent weniger Wasser verbrauchen. Und auch zum Beispiel die Cradle-to-Cradle-T-Shirts, die neuen Bend-T-Shirts, ermöglichen eine Wasserreduzierung von auch ungefähr 50 Prozent, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei der Herstellung von Cradle-to-Cradle-T-Shirts auch weniger Wasser verbraucht wird. Der größte Hebel bei der Wassereinsparung war aber ein großer Anteil an vegan und vegetarischer Ernährung. Da sprechen wir also von virtuellem Wasser, was ja indirekt in der Fleischproduktion steckt und dadurch eingespart wurde. Und ja, insgesamt gibt es da doch sehr viele Hebel, um den Wasserverbrauch da stark zu reduzieren und das Wasser einfach in Kreisläufen zu führen und sehr viel intelligenter zu nutzen. Genau, also jetzt habt ihr schon über einige spannende Dinge was gehört, die wir da umgesetzt haben, jetzt bisher nur im Bereich Wasser. Wir haben, wie schon erwähnt, aber in ganz vielen Bereichen natürlich ganz viele Sachen umgesetzt. Und damit halt eben dieses Wissen, was wir da erlangt haben und diese Lösung auch nicht einfach verloren gehen, wollen wir jetzt auch im Nachgang dieses Projektes natürlich ganz viele Sachen noch machen. Ganz viele Veranstaltungen stehen da noch an, die wir halt eben da noch angehen wollen, um halt eben wirklich dieses Thema weiter zu besprechen und halt eben in die Welt zu tragen und wirklich die Leute darüber zu informieren, was wir da gemacht haben und was dann in Zukunft vielleicht auch generell in der Branche rund um Veranstaltungen vielleicht der Standard werden könnte. Und da geht es halt eben jetzt erstmal darum, wir haben halt eben einen Report, auch schon parallel zu den Konzerten rausgebracht, die halt eben, wo halt eben alles drinsteht, was umgesetzt wurde. Dieser Report bietet halt eben dann einige Lösungen für die Kulturszene und die Gesellschaft durch Cradle to Cradle. Da steht halt eben alles Mögliche drin, auch besonders noch die rechtlichen Sachen werden da auch behandelt. Und genau jetzt gerade in der Mache und was bald veröffentlicht wird, ist eben noch ein Guidebook für die Veranstaltungsbranche. Also da geht es dann wirklich darum, für die Akteure in der Veranstaltungsbranche unsere Erfahrungen und aber auch Dinge, die nicht geklappt haben und wo man vielleicht noch mehr machen kann, das halt eben zusammengefasst als Website, als Guidebook-Webseite zur Verfügung zu stellen, wo sich dann halt eben Akteure, die Interesse haben aus der Branche, dort halt eben Inspirationen holen können und gucken können, okay, wie geht es, wie haben wir es gemacht, was kann man noch mehr machen. Und genau, dann wird es auch noch eine Veranstaltungsreihe geben und auch ein Summit, also um einfach die Diskussion weiterzuführen über das Thema, über Cradle to Cradle in der Veranstaltungsbranche. Es wird zwölf Veranstaltungen geben, mindestens eine halt eben in jedem Bezirk in Berlin. Und genau, der Summit zu dem Thema Labor Tempelhof wird jetzt am, also aus der jetziger Sicht kommenden Dienstag am 22.11. stattfinden. aber falls ihr das Video jetzt im Nachgang erst seht, da wird es auch viele Elemente daraus und einige Videos davon auf YouTube zu finden geben, auf unserem YouTube-Channel. Und außerdem soll auch noch Teil des Ganzen jetzt eine Ausstellung sein, die sich über vier Monate erstreckt und in Berlin ausgestellt sein wird. Die wird öffentlich zugänglich sein, aber der Ort ist noch nicht ganz klar. Da wird es dann noch Details auch auf unserer Website und auf unseren Social-Media-Kanälen geben. Und als nächstes geht es jetzt noch darum, ja, was wir als Cradle-to-Cradle-NGO eigentlich generell machen, auch abseits von solchen Großprojekten. Genau, also Cradle-to-Cradle-NGO sieht sich als Beschleuniger für Cradle-to-Cradle. Wir beschäftigen uns vor allem viel mit Bildung rund um das Thema Cradle-to-Cradle. Gianluca und ich sind ja beide auch im Bildungsreferat tätig, wo wir Bildungsmaterialien entwickeln, vor allem für Schulen, an einem digitalen Lerntool arbeiten, aber auch Vorträge halten, Führungen bei uns im Cradle-to-Cradle-Lab veranstalten und so weiter. Wir stoßen viele Transformationsprojekte an. Das letzte große war Labor Tempelhof, von dem wir euch gerade erzählt haben. Und wir vernetzen Menschen im Bereich Cradle-to-Cradle und bieten diesen Themen eine Plattform, zum Beispiel durch den Cradle-to-Cradle-Kongress, durch Summits oder Veranstaltungen Veranstaltungen für unsere Ehrenamtlichen, von denen es sehr viele gibt, Lab-Talks, verschiedene Workshops für Unternehmen und so weiter. Ja, und wenn ihr uns weiter folgen wollt, dann könnt ihr das im Internet tun, auf allen bekannten Kanälen, auf Social Media, auf unserer Website. Ihr könnt euch für unseren Newsletter anmelden und könnt auch unser Nährstoffmagazin lesen. Es gibt sehr, sehr viele Wege, über Cradle-to-Cradle auf dem Laufenden zu bleiben. Und wir hoffen, wir haben einige von euch jetzt für dieses Thema begeistern können. Alle relevanten Links, von dem, über was wir jetzt geredet haben und auch was unsere NGO angeht, findet ihr auch noch mal in der Videobeschreibung. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zum Thema habt, dann könnt ihr die gerne einfach in die Kommentare schreiben und wir werden versuchen, die dann zu beantworten.